Hey Leute und willkommen zu einem kleinen neuen Video und ja wir sind gerade in der Advanced Map oder äh Weihnachts ja Adventskalender Map die uns im Infekt äh gemacht hat, dazu kommt nacht her auch das erste Türchen, aber ich brauche immer eure Hilfe zwar für die Thumbnails und ihr seht ich habe versucht hier so eine mit Weihnachts, Weihnachtsmütze aber das ist mir so dermaßen misslungen, also ähm ich will halt so ein Skin, das sieht so scheiße aus mit Weihnachtsmütze, das kann gerne sein dass ihr meinen alten Skin nehmt ich mach ihn gleich erstmal rein ähm und den dann mit 1,8 weil das einen sagt, genau so rüber macht das ist so über den alten Skin drüber lappt, wisst ihr das könnt ihr gerne machen, auf jeden Fall würde ich gerne eine Weihnachtsmütze haben machen so und am Rest des Skins weiß nicht, ihr könnt ihr was verändern, müsst aber nicht unbedingt aber Hauptsache eine gute Weihnachtsmütze und auch so mit den verschiedenen Farbtönen wie ihr es jetzt bei mir seht, wie auch mein ganzes Skin ist das wäre super, äh schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es gemacht habt und dann hoffe ich, geht das schnell ich weiß einige machen das für mich deswegen äh mach ich das Video gerade auch und dann vielen Dank und bis nachher zum ersten Türchen Das ist das das um das